Ja! 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 Hahaha! Hahaha! Meine Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge GTA Online auf der PS4 mit Parcours. Äh, ja. Guck mal, wie ich hier aussehe. Ich wollte eben die Eins in die Fresse behaupten. Ähm, ja. Naja, ja. Ähm, lass uns starten. Ähm, von wen? Weiß nicht, vom letzten Job. Okay. Hiiii, Zucker. Heute geht hier. Ne, sonst immer Sonstes. Aber... Ähm, tot? Okay. Ja, ich bin tot. Hat schon gut begonnen. Das kenne ich auch. Das hab ich... Wollte ich auch mal kennen, aber... Oh! Wow! Wow! Äh, krass! Äh, geil! Äh... Geil! Geil! Achas! Geil! Äh... Geil! Geil! Man kann nicht respawnen. Man kann nicht respawnen. Was? Okay. 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 Was für ein Prokur ist das? Oh! Geschafft! Gerade so! Geschafft! Die backen alle. Geil! Scheiße! Das war eine Peacebahn. Das schäuert jetzt. Das schäuert jetzt. Ja, das schäuert. Ja, das ist das. Ja, ich werde hier so hochgefahren. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ja, ich werde hier so hochgefahren. Geil! Geil! Oh, Mann! Hey! Ich schaff' diese Woche gar nix! Dann komm! Uh! 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 Ah! Kann doch nicht so schwer sein dieses Rennen hier. Ah! Die Fühle! Ah! Die Fühle! Ah! Du warst auch lange gespielt, falls. Aber... So, jetzt... Komm! So! Ja! 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 Was ist das für ein Parcours, ey? Was ist das für ein Autoparcours? Ne, ne! Wir wollen schon ganz nach oben kommen. Wir wollen nicht die Sniper haben. Wollen wir schon richtig gut hier haben. Nicht witzig sein. Oh! Oh! Ja! Ah! Jetzt aber! Komm! Wunderschön! Ah! Warum fahren die Autos? Ich verstehe mich. Ich fahre unlogisch. Ah ja, die Straße. Das ist halt logisch. Aber in London gibt es keine Autos hier an der Seite. Ja, so kann man wieder zurückkommen. Alle wollen mal Auto. Das schaffen wir es nicht. Ah, jetzt aber! Komm, Auto bin ich lange nicht mehr. Ich muss den Speed behalten. Ja, er ist gleich wieder weg. Jetzt sollte ich mal ein neues Auto nehmen. Jetzt sollte ich mal ein neues Auto nehmen. Nein, jetzt stellt er sein Auto doch vor. Was? Immer diese dummen Leute, die ja nichts im Kopf haben. Kein logisches Denken. Ich verstehe das nicht. Es sind zu viele Menschen dumm auf diesem Plan. Die ist vier. Geschafft. Ah, Nick ist schon da. Kann man das schaffen, Nick? Weiß nicht. Ach, da muss man springen, wa? Da hinten hin. Muss man wirklich Anlauf nehmen. Deswegen hat man natürlich schon zu weit geworden. Pass auf, ich komme. Ich sehe, ich denke runter schützt. Ach, geschafft. Ja! Wir haben Waffen. Warte, lass mich auch was. Danke. So. Man sieht hier gar nichts. Ich komme mal da hoch. Pass auf. Ich erreiche die nicht. Okay. Ah, dann ein bisschen höher. Oh, hab ich dich geschlagen? Hä? Okay. Okay, ja, lass uns ein bisschen höher noch. Okay, ja, lass uns. Ein bisschen höher noch. Okay. Okay. Warum kommen die nicht? Kommt Leute, kommt Leute. Oh, was ist er weh? Ach so, ja, ja, genau. Ah, ne, kenne ich. Der ist ja in meinem Team. Naja, holen wir uns genug Waffen hier. Ob sie genug hat. So, dann springen wir mal runter. Ne, warte mal, ich will überleben das. So geht's ja auch. So, jetzt seid ihr dran. Ich bin dran. Oh, Nick hat getrunken. Pass auf, Nick. Ich töte nur die anderen. Oh, mein Blut verfließt. Was für Waffen. So, jetzt kommen die Arbeiter nicht weiter, ne? Auf jeden Fall. Schade, dass ich den nicht erledigen kann. Den kann ich auch nicht erledigen. Das ist kacke. Na, komm, jeder gegen wir. Das könnte ich nur eintöten. Au, wow. Krass. Das hat weh. Schwerer Unfall. So will ich auch mal erwischt werden. Ja, beide gleichzeitig. Beide gleichzeitig. Der visiert mich so schnell an. Der ist halt ein bisschen gesteckt. Ein Arbeitspfleger von mir. Nein, auf der Weg. Was er der kann, kann ich schon mal noch. Alle Autos zerstören, dass sie nicht mehr wegkommen. Der ist ja schon leer. Der ist ja schon leer. Okay, vier Minuten noch. Ja. 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 Nein. 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 Wie schnell komme ich nicht mehr. Ja. Nein. Nein. Nicht mit mir. Oh, okay. 20. Ja, gewinnen wir ja, ne. Auf jeden Fall. Ja, den habe ich noch. Wer gewinnt? Welches Team gewinnt? Oh, so knapp. Oh, so knapp. Oh, der ist ja nicht mehr. Nein. Von beiden Seiten kommen sie. Sie kommen. Einfach nur. Nein. Oh, der ist zu schnell gewesen. Nee, komm, das machen wir anders. Der ballert mich so weg, ey. Der ballert mich so weg. Scheiße, ich habe einen mehr. Das ist mal aufpassen. Ich muss doch erst mal eine Ruhe, eine Ruhe, eine Waffe auswählen. Ja, keine Ahnung. 24 zu 24. Ah, fast. Wieder auf 21. Ah, ich habe keine Waffe mehr. Aber hier auch. Mist, jetzt gehe ich langsam aus. Nein, der hat die auch benutzt. Scheiße. Ah, okay. 27. Beide. Nein! Oh, ich gucke nur auf der Karte, ey. Ja, ja. 30. Eine Minute 30 noch. Habe ich gewischt? Weiß ich nicht. Nee. Ja. 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 Nein! So ein Mist. 34 haben wir. Ja! Ha! Geil! Ja! Geil! Nein! Ich hatte den fast! Okay, alles wird gut. Weil ich mir siegessichert habe. Komm, wir geben die Chance. Ich greife nicht mehr an. Tötet mich. Tötet mich. Komm! Tötet mich. Tötet mich. Die Chance. Komm, komm. Tötet mich. Tötet mich. Gewinnt. Okay. So, ja. Das ist ein Erfolg, den ich mir heute eingönne. Ja, 10.770 Dollar. Damit kann man sich, glaube ich, noch in den Schuhe holen. 2K. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Vielleicht gibt's nächste Woche keine Folge, weil ich mir kein E-Plus kaufe. Aber doch natürlich. Mal schauen, ja. Sonst gibt's keine Folge. Nur Minecraft. Wir sehen uns und ciao.